äh kann ich mehrere auf dem schluss packen? ja für euch beide sind hinzieschen auf dem schluss nice ey wie sieht das aus? guck mal was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an meinen zuschauer und abonnenten es ist mal wieder ähm so forestzeit der jannik wird hier gerade von einem wunderschönen nackten mann angegriffen ich hab natürlich auch den golden tea dabei er rennt weg ich werde von hinten irgendwie angegriffen er nimmt mich von hinten durch ja hinter mir ist einer ach verdammt ja jetzt sind die da direkt vorne ah ne jetzt sind beide ange... ah jetzt waren gerade noch beide angezeigt ne das war für easy weil er ohnmächtig trug ja scheiße na was machen wir jetzt? äh wollen wir lieber erstmal hier irgendwo bauen weil ich... das halt irgendwie nicht ganz ja wir können doch nicht bauen ohne axt und die axt braucht man läufig im band oder so ja mann geht denn was? steht das irgendwo? ne also ich hatte... also ich hatte... versuch das mal bitte mit ähm ähm mit ähm Stoff aber haben wir Stoff? ich hab Stoff warte mal also Stoff, Stein und Axt ja versuch das mal äh äh hab ich Stoff? hier ist schon wieder einer! na echt jetzt? er hat mich angeschrien ah! er hat mich angeschrien hinter mir er war böse zu mir ich probier das mal im ich habe ähm Stoff da komm ich mal nicht zu dir gelaufen Aua ich bin tot ich bin... ich kann eh was mit ja ne! ne geht nicht ne geht nicht ja an meiner alten Leiche liegen Seile vielleicht geht es da mit ich habe... ich habe irgendwie einen Stock ich bin tot mit einem... mit Stück Stoff dran ach egal boah so das da rein was passiert denn wenn ich Steine und Stoff kam? ach so warte mal ich kann jetzt... ich glaube wenn ich nicht E drücke werde ich hier wiederbelebt an der Stelle ich glaube die mich auf mich hauen so ich hab meine Leiche und... passiert nix geh mal auf meine Leiche und guck mal ob... kann ich nicht ach so dann läufst du dann so über deine Leiche und dann hast du da alles wieder am Ende ich habe jetzt aber auch ne Axt ohne dass ich mir was gemacht habe ja aber wir können ja hier offensichtlich anfangen haus zu bauen ist ja nur auf die Fresse oh nein wie kriege ich jetzt das scheisse Feuerzeug weg irgendeiner B? ne alter muss mal B drücken dann erzähle ich es der Tag einfach ich bringe nur ein Flugzeug so ähm... ihr seid tot da kommen grad sehr viele Leute auf euch ich bin im Flugzeug ich kann mich am Arsch decken äh... kann man da wieder reinspringen? ne... ich bin gespawnd kann sich aber theoretisch was bauen damit man da jederzeit wieder reinkommt ja dann lass doch am Flugzeug hier bauen neiiiin neiiiin das ist eigentlich Quatsch seh euch gerade nicht doch da hinten ja... ich krieg das scheisse Feuerzeug nicht weg vielleicht mit P? ne... 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 ja... Ich achte den weg, kein Ding. Der hinter dir. Du Bastard. Deine Eltern sind Geschwister. Oh, ich bin doof. Die sind aber einfacher zu killen. Hilfst du mir da grad? Weiß nicht, wie? Ich hab da so ein... Was passiert denn, wenn der Totenkopf voll ist? Ich glaub, dann stehst du da wieder auf. Ich sterbe grad, lol. Weil, weil... Ich hab keine Medikamente. Dreck grade. Ich lauf Richtung Yannick. Da ist das Flugzeug. Ich warte mal ab, was passiert, wenn der Totenkopf voll ist. Spawnst du, respawnst du da, aber sterb doch lieber, dann hast du auch keine Axt. Aber das Problem ist, du wirst nur mit so wenig Leben wieder geboren. Ja. Das nützt ja alles nichts. Das Totenkopf-Symbol ist weg. Ne, ist es nicht. Hast du die jetzt da hinten weggekockt? Ne, ich hab da nichts gemacht. Ja. Und nix machen mit deiner Läuche, okay. Ne, ob die Typen da jetzt weg sind und nicht, dass ich da hingehe und gehe. Da war nur einer, den hab ich getötet. Oh, okay. Deshalb bin ich auch fast tot. Aber man stirbt offensichtlich irgendwie nicht an Verhungern, weil mein Essen ist komplett, mein Leben ist komplett weg. Und mein, äh, Hunger im Magen ist auch komplett leer. Okay. Kann ich hier mal die Dinge aufmachen? Das ist ganz gut, Löcher nicht über zu essen. Kann ich noch mal das Crafting-Ding machen? Da ist irgendwas an meiner... Du kleiner Bastard. Lauf einmal drüber, dann hast du ne Axt. Ich bin jetzt auf jeden Fall ab Richtung Wasser irgendwo. Ich bin schon wieder tot. Der Tag. Ich hab wieder volles Leben. Ich will das aufmachen. Was denn? Ey komm schon, ich will jetzt hier... So. Wo seid ihr zwei? Da. Am Flugzeug. Was baut ihr denn da jetzt? Ich mach alle Koffer grad auf. Ja, Janik baut hier schon. Du sollst hier nicht bauen, Alter. Die kommen doch hier immer hin, die Viecher. Okay. Reiß das ab. Ich brauche das wieder weg. Ja. Rauffaut. Ne, ach nee, warte, C ist Mülleimer. So, C. Fertig. Ich brauche mal hier eure Hilfe, sonst komme ich nicht an meine Leiche dran. Hier sind so... Du sollst einmal drüber laufen, du Lappen. Ja, aber dann bringe ich die Typen doch mit zu euch. Ja, dann holen die um. Aber so lange kann ich nicht rennen. Ja, warte. Lass mal Häschen killen. Ach. So, ich hätte jetzt auch was zu essen gleich. Ich hab einen toten Asen. Hilft mir. Komm, Koki mal weg. Der kommt da gleich über das Ding. Erst mal nach rechts laufen irgendwo. Okay. Oh, da hinten ist noch mal eine Leiche. Er läuft da hin, da sind wir. Ja, gut. Hier. Puh. Jetzt treffe ich einen am Kopf tot. Oh, ich kann mal essen. Ja bestimmt, weil es hell wird. Ich vertrage die Sonne nicht. Okay. Wäre ein Essen voran für den Magen gut oder für die Ausdauer irgendwie nicht. Hinter dir kommt nachher, ne? Ja, ich muss aber nur einmal über meine Leiche laufen. So. Ja. Komm zu mir, komm zu mir. Ich bin auf dem Weg. Oben sind zwei links von dir. Ich kann nicht mehr rennen. Come on. Ja, jetzt kommt einer auf mich. Janik, wo bist du? Ja, der. Okay. Ich muss meine Axt noch ausrüsten. Okay, das in die Richtung gehen jetzt hier. So, jetzt habe ich meine Axt. Was geht ab hier? Von links kommt einer. Da ist nämlich auch Wasser. Da kann man auch bauen. Ja, ey. Alter, lass uns doch hier bauen. Ja, aber nicht hier neben dem Dorf. Da unten am Wasser irgendwo. Hier laufen drei, vier. Ja, lauf einfach weg. Irgendwann haben die keine Lust mehr. Laufen hinterher. Schneller rennen als ihr. Nicht schneller rennen als ich. Ich habe voll Hunger, Alter. Wir sollen gleich mal was auf den Grill schmeißen. Da unten, ne. Ich habe einen Hasen am Start. Hier sieht das doch schön aus. Da unten, da unten ist auch ein Flugzeugwrack. Das vordere Teil unseres Flugzeugs. Vielleicht sollten wir da nicht bauen. Ja, trotzdem. Wollen wir... Da? Ne, das ist wieder zu nah am Wald. Hier kann man alles gut einsehen eigentlich. Überall so große Steine. Ja. Ja, das wird glaube ich nachher beim Bauen stören, oder? Ja. Lass mal ein bisschen weiter gehen. Also ich würde ganz gerne auf der anderen Seite. Da auf der anderen Seite vom Wasser. Aber ich weiß nicht, ob wir so weit schwimmen können. Was ich meine da hinten? In der Lichtung? Vielleicht kommen wir hier... Hier am Flugzeug. Da ist ein relativ kurzer Weg. Achso. Wir sollten das Flugzeug mal kontrollieren. Das ist das Cockpit. Da ist noch ein Flaregang drin. Hier vor der Teil. Wollen wir was zu essen? Ja, aber zu essen könnte ich auch was tragen. Nein. Oh, gehst du? Da sind Leichen drin, Alter. Oh, ne Landschelgröte und du tötest die. Wirkt sich nicht. Okay. Hier nicht ne Flaregang. Ich hab ne Flaregang. Partine, 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 Partine. Hier an der rechts an der Seite. Hier lag die bei mir. Ich hab auch ne Flaregang. Ja, ich auch. Daraus kann man Bomben machen. Ne, ne. Oh, ich wollte schon sagen, ey. Tino. Tino, was hättest du denn davon, wenn wir da oben auf dem Berg bauen? Der genau da rauskommt, wenn man das ähm... Ich glitsche hier rum. Wo hättest du denn? Warte. Da oben auf dem Berg da. Geht er? Ich lauere wieder auf. Äh. Ja. Nach oben. Okay. Oh. Was macht ihr da? Offer auf. Loll. Voll ja nicht. Hast du ein guter gekriegt. So, jetzt war der offen, den du auf... Jetzt gehen die auf, die du aufgehauen hast. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Re! Rechts! Ah, ich muss mal eben hier so ein Snickers essen. Was ist denn? Hier. Kommt ihr entgegen. Lauf dem Berg wieder hoch. Risi! Ja. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Alle wuchsen drauf. So. Da war der Berg jetzt hier rechts, ne? Ja, guck doch mal. Hier ist doch schön. Wollen wir da vorne in der Mitte bauen? Da ist so ein Steinkreis. Wo? Ja, lass uns bei Typen bauen, wo ein Steinkreis ist. Nein, das ist jetzt kein Steinkreis. Hier ist so ein See. Ah, guck mal. Da haben wir eine schöne Aussicht direkt aufs Nachbardorf. Oh nein. Wo ich hier stehe. Wo ich hier stehe. Aber hier ist eigentlich schöner hoch, wo ich hier stehe. Aber wie gesagt, da drüben ist es gleich zwei so Häuschen. Wo denn? Jo, da hinten. Aber meinst du, die laufen durchs Wasser? Ah, weiß ich nicht. Wir können es ja ausprobieren. Wir können es anfangen mal hier. Ja komm, wir bauen jetzt hier. Ich stelle das mal hin. So ein Loft. Können wir mal gucken, ob das für mehrere funktioniert. Auf jeden Fall kann ich dann daran speichern. Das weiß ich schon mal. Bauer. Entschuldigung. Baut doch mal hin mit mehr Blick. Ey, guck mal hier sind Rehe. So, jetzt haut rauf hier. Ihr seht das auch, ja? Was denn? Ja. Ah, wir sehen das. So, ich bau mal auf hier. Was fehlt denn noch? So. Achso, bau mal einer ein Feuer von euch. Oder warte, setze ich auch gleich davor. Okay, mach du das mal. Ich geh schon mal Bäume fällen. Bleib hier, Bambi. Oh, guck mal hier ist ein kleiner Tümpel. Ja, hab ich doch eben gesagt. Achso, ja. Ich würde ja meistens nicht tun. Und da sind Fische drin. Wir brauchen Steine und Holz. Steine und Holz? Ganzige Steine und Holz. Oh, ich glaube das Wasser war giftig. Was ist das eigentlich? Warte mal hier, wie Steine auf die ich werfen kann? Ja, und manche die du so in die Tasche hast, ne? Ich muss mal auf den Boden gucken. Sag mal bitte mit auf den Baum. Dauert nicht lange, Janik. Du musst wirklich zielen. Keine Kondition. Man kann nur zwei Stämme tragen, ne? Ja. Wo haben wir denn jetzt nochmal gebaut? Hier oben. Wo? Hier. Ach da, ja. Da kommt ein Typ auf euch zu gerannt. Wo? Ja. Das sind aber die Einfachen. Wie geil der da auf den Stein rum springt. Wo ist der? Der kommt. Ne. Ist der, Junge. So mach ich mit dir. Der will nur gucken. Oh, hier ist ein Leguan. Der gibt dir, seine Haut können wir als Schutz tragen. Ach, hier sind direkt zwei. Oh nein. Und ich geh noch hin. Oh geil, das sieht man jetzt auch so an der Hand. Ey, verpiss dich du. Stinke Bubz. Du Glatzenkind. Ey, ich werd hier voll angegriffen, Leute. Ich bin ohmächtig gleich. Ich bin da. Ich seh nur noch Grau. Bei mir läufst du. Ja. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Einer ist down. Das sind noch zwei. Wir müssen die Bude fertig kriegen, jetzt spawnen wir hier. Wir brauchen noch einen Lock. Scheiße. Aua. Ein Lock? Ich hab einen Lock. Ja, lauf. Wir sind safe. Ich glaub, der kann hier speichern und dann müssten wir eigentlich auch spawnen. Nein! Oh nein! Scheiße. Ja, aber warte jetzt einfach ab, bis was passiert ist. Ich leb wieder. Ey, danke, wer auch immer das war. Achso. Okay, mit E kann man jemanden wieder aufheben. Wie viel Leben hast du denn jetzt? Äh, nicht viel. Ein Fitzelchen. Ich brauch unbedingt was zu essen. Da, Yannick. Hau ihn um. Ich speichere jetzt hier, fix mal. Ja. Vor dir, Tino. Ich muss aber auch noch mal hin. Für euch. Du kleiner. Reh! Hinter unser Häuschen. Hinter unser Häuschen. Der ist berg da. Das ist er! Ja. Läuft der bei euch sicher auch noch? Ja. 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 Das war meine Handy-App. Ich muss dringend was essen. Ja, wenn das Feuer fertig ist, koche ich was. Wie viele Stöcke brauchst du denn? Einen hab ich. Ja, ich fehlen mir nichts. Zwei fehlen. Ja, hier. Ich hab welche. Zwei fehlen nur noch. Auch einen. Ey, da ist wieder einer bei dir, Yannick. Direkt vorne, der springt dich an. Ich hab noch Häschen am Start. Na, den hab ich gar nicht gesehen. Wie war das jetzt nochmal mit was rauflegen? Einfach in der Hand haben und dann E oder C oder so drücken. Der schleicht sich wieder ran, ne? So. Was haben wir jetzt für ein Ding gebaut? Ey. Ey, da ist einer. Wer ist das? Gar nicht rechts aufpassen. Ey, so das erste Lock. So ein, wo man speichern kann. Ist so ein ganz kleines Zell. Mhm, ich seh schon. Geht mal da ran. Können wir da irgendwie interagieren? Ey, wir können sogar Baumhäuser bauen. Ey, wir können sogar Baumhäuser bauen. Ey, was macht ihr denn? Mach du das auch mal? Speichert. Ich speichere mal hier meinen Mund. Ähm. C. Schwarzer Bildschirm. Scheint wohl gespeichert zu haben. Äh, kann ich mehrere auf dem Schott packen? Ja. Für euch beide sind Häschen auf dem Schott. Nice. Ey, wie sieht das aus? Guck mal. Wohl, Baum. Wie Typ. Oh. Okay, so sah er nicht aus. Okay. Ist das Hähnchen jetzt fertig oder ist das braun? Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier sind noch zwei. Oh, ich hab's gegessen. Wenn man's essen kann, ist es gut. Komm hier mal her. Ähm. Ey, gehst du mal arbeiten? Wir haben direkt da hinten ein Dorf von Tän. Wollen wir hier so ein paar Köpfe aufstellen? Warte. Ja, müssen wir wohl. Ja. Ich sammle grad. Wie kräftet man denn so ein Ding? Ähm. Ähm. Mit Stöckern und Steinen. Und Körperteilen. Storage. Da kann ich nix machen. Stickholder. Lockholder. Lockholder. Kopfbombo könnte ich machen. Snackbar. Ja, ich hab so ein Kopfding. Ja, lass mal hier bei dem Baumstamm unten. Okay. Da fehlt jetzt ein Kopf. Wieso haben wir keinen Kopf? Ich hab einen Kopf. Ja, hier unten ran packen. Wo ich stehe. Das sieht man schlecht. Ja, ja. Was ist das andere? Ich weiß nicht, was das andere ist. Leute, wir verabschieden uns wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Alles klar, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Oh.